Was geht? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Challenge-Strike-Folge mit dem Peter und dem Hadi Oh yeah Dieses sanfte Klingeln deiner lieblichen Schleuner in meinen Ohren lässt meinen Glied halb elegieren Ja, endlich mal wieder spielen wir einen Ego-Shooter namens Counter-Strike Eigentlich der Namenspatron dieses Formats Ja, wurde auch mal wieder Zeit Yes Und ja, wir haben natürlich fleißig Kommentare gelesen denn nicht nur Jay macht das, sondern auch wir Ja, ausnahmsweise haben wir mal Kommentare gelesen Ausnahmsweise Ausnahmsweise haben wir uns mal dazu herabgelassen, Kommentare zu lesen Ne, Spaß Aber wir haben Kommentare gelesen und ihr habt verschiedene Vorschläge gemacht sowohl für eine Bestrafung als auch für eine Challenge und wir haben uns in beiden Fällen davon inspirieren lassen In diesem Fall erzähle ich euch mal kurz, was ein Challenge sein wird Wir werden Deathmatch in diesem Spiel zocken Allerdings, hier ist meine Maus Verkehr, also gespiegelt Also ich benutze meine linke Hand für die Maus und meine rechte Hand für die Tastatur Peter ebenfalls Ich zeig das auch mal ganz kurz Hier meine linke Hand Da wir Rechtshänder sind Ja Ist das für uns eben die Challenge Und wir geben uns 15 Minuten in diesem Deathmatch-Modus Zeit um Kills zu machen mit einer Auto-Shotgun Denn mehr trauen wir uns nicht zu Und wer die meisten Kills hat Der gewinnt So, wir werden aber nicht Deaths und Kills irgendwie subtrahieren Sondern einfach, wer mehr Kills hat Genau Der gewinnt halt auch So, Peter, dein Part Die Bestrafung ist ebenfalls ein Vorschlag von euch Wie schon von Hardy angekündigt Der Verlierer muss eine Woche lang Also quasi von Montag bis Montag, würde ich sagen Von der Veröffentlichung der Challenge-Strike-Folge Bis zum Ende Bis zur nächsten Challenge-Strike-Folge Oder was? Was meinst du? Ja, wir können ja eine aufnahmereiche Woche nehmen Ist das nächste Woche? Ja, würde ich sagen Schau mal Auf jeden Fall eine aufnahmereiche Woche Muss der Verlierer einen Steam-Namen tragen Der vom Gewinner vorgegeben wird Und das ist dann meistens natürlich nicht das freundlichste auf der Welt Richtig Peter hat allerdings schon angemerkt Ob wir diese Namen jetzt schon sagen wollen Na gut, aber die Idee Allerdings habe ich dann eingeworfen Wenn wir uns jetzt kurz überlegt hätten Was für einen Namen wir uns gegenseitig geben würden Würde uns wahrscheinlich innerhalb von einer Stunde Noch ein viel, viel geilerer entfallen Und das kann es dann auch wieder nicht bringen Also haben wir uns gesagt Wir geben uns jetzt mal ein bisschen Zeit Was auch immer Bis wir halt damit anfangen Und ihr werdet es auf jeden Fall sehen Ich finde, dass derjenige Also der Verlierer Darauf auch nochmal feierlich drauf hinweisen muss Ja, klar Dass er auch sehr stolz ist, diesen Namen zu tragen Ja, wobei Sehr stolz Er muss auf jeden Fall darauf hinweisen Dass der Name ab jetzt genutzt wird Und wir haben noch eine kleine Regel Verfassungswidrige Dinge sind nicht erlaubt Also sowas wie Heil Hitler Oder die Juden waren selber schuld Ja, genau Ein wenig Anstand haben wir dann auch noch Genau, also das wäre dann zu krass Weil das könnte ja sogar ernsthafte Folgen dann mit sich tragen Ich wollte gerade sagen Also wir wollen es lustig Vielleicht Man kann ja trotzdem was gesellschaftskritisches nehmen Aber es muss ja jetzt nicht unbedingt Der platteste schwarze Humor sein, den es gibt Und vor allen Dingen kannst du dafür halt deinen Steam-Account verlieren Ja, das kommt noch dazu Also ich meine schwarzer Humor in allen Ehren Aber man muss es ja nicht übertreiben Ja So Und daran halten wir uns auch Und wie gesagt, ihr werdet den Namen dann Jetzt hast du mal anfangen, ey Wir vergolden immer am Anfang so viel Zeit Vier Minuten Ich finde fünf Minuten fürs Labern vorher ist völlig legitim Ja, okay So Aber ich will jetzt ausprobieren, wie das funktioniert Diese komische, unangenehme Haltung der Maus Sorgt dafür, dass meine Hand irgendwie voll sweaty ist Ja, also Wir steuern übrigens mit P-L-Ö-Ä Leertaste zum Springen natürlich Und ja, die zweite Umschalttaste zum Gehen Boah, das geht schon los, Alter Leck mich am Arsch So, Peter Hast du einen Timer? Hast du einen Timer? Ja, ich habe einen Timer Ich habe mir hier 15 Minuten auf meiner Tastatur eingestellt Ähm Falls das eine laufende Runde ist Wir nutzen die Zeit jetzt einfach Wenn die Karte wechseln sollte, stoppe ich die Zeit Und lasse sie danach weiterlaufen Also Genau Das kriegen wir irgendwie hin So, also Boah, scheiße Ich wollte gerade nach rechts greifen, um auf Fortbahn zu drücken So Okay Moment Jetzt müssen wir das gleiche Team Gleiches Team oder nicht? Ja, gleiches Team Gut Okay, wie kaufe ich denn nochmal? Auf B Ach du Scheiße, ich habe ja eine ganz andere Tastatur hier Äh Ne, was, schwer war das, ne? Da, so Sie können nicht noch mehr tragen Heilige Scheiße Wie laufe ich denn? Wieso läuft meiner nicht? Ah, da Also wir kaufen aber kein Keine Rüstung Ist das krank Ja, wir kaufen aber keine Rüstung oder so ein Scheiß Ne, einfach Moment, man hat automatisch Rüstung vergisst Der übrigens schon ein Kill gemacht Ja, aber noch ist Läuft die Zeit ja nicht Ach ja, stimmt Hast ja recht Okay Oh, außerdem sind das Bots Alles klar, interessant Alter, wir spielen nur mit Bots Ne, das ist aber Bullshit Das ist scheiße, Peter Ja Ja, das ist kacke Das kannst du vergessen So Ich finde, wir suchen nochmal einen anderen Server, ja? Ja, okay Okay Ich glaube, ich muss einen anderen, äh, Dingens nehmen Äh, mit Freunden spielen Lobby erstellen So Einladen Ähm Spieleinstellungen Ich glaube, ich habe die falsche Dienstgruppe genommen Ich habe die Reservegruppe genommen Ich sollte die aktive Dienstgruppe nehmen Weil da sind so das zwei und so ein Scheiß Den Rest zocken die Leute ja wieder nicht Komm, Peter Ja, ja, ich bin dabei Ich musste das Spiel ein bisschen leiser machen Weil man dich nicht so gut verstanden hat Deswegen, äh, ist das ganz gut, dass wir jetzt nochmal neu starten, ja? Sehr gut Kannst du ja einen Cut machen Oder nicht Bist du wahrscheinlich Oder nicht, ist mir egal Ich, 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 ich mache entweder einen Cut Oder ich mache keinen Weil das kann auch schon mal vorkommen, weil ich den vergesse Ich mache entweder einen Cut oder ich mache keinen Ich weiß doch, wo ich das bei, äh, wie hieß das Gruselspiel noch? Irgendwas mit, äh, Light Nee Ach, keine Ahnung, das letzte Gruselspiel, weil ich da gedeilt habe Da habe ich auch gesagt Ey, yo, ich mache jetzt erstmal einen Cut und bin dann noch fünf Minuten durch die Gegend gelaufen Ich hoffe nur, dass du... So, das ist schon ganz für sie das Terroristen, Peter Okay, okay Und jetzt muss ich das einmal kaufen Kaufmenü öffnen So Schwer Okay, habe ich mal Autoshotgun Alter, das Spiel ist ja nur minimal laut Wieso kann ich nicht laufen? Ach, scheiße, ich drücke auf die Pfeiltasten Ey, ich bin sowas von Max Wenn die Zeit läuft übrigens Soll ich starten? Ja, okay, ich starte Okay, los Die Zeit läuft, Peter Wieso muss ich jetzt eigentlich ständig die gleichen Waffen kaufen? Also, wieso muss ich jetzt immer neue kaufen? Ich will zurück Es gibt irgendeine Taste Ich habe schon einen Kill gemacht, by the way Alter, ist das schwierig Wow Ich bin tot Alter Ey, bis ich meine Waffen gekauft habe, bin ich tot einfach nur Wieso muss ich denn nicht nochmal kaufen? Ich muss jedes Mal die Waffe neu kaufen Das ist total behindert Ich habe noch einen Kill gemacht Zwei Kills Ja, ja, ich auch Fuck Oh, ich habe drei Kills Ich bin tot Wieso musst du die Waffen jedes Mal Nicht kaufen Das kostet mich jedes Mal Zeit Das kann man irgendwo einstellen Ach ja, deine Mutti Das Alter, ich kann mich überhaupt nicht bewegen Ja, glaub's ich denn Alter, war das schlecht? Okay So, ich renne jetzt einfach mal in den Tunnel hier rein Wie ich alles daneben gesetzt habe, ey Das ist der Wahnsinn Ja, du, das trifft überhaupt Ich habe 90 Schaden gemacht bei einem Das kann nicht wahr sein Okay Vorne war einer Ich habe einen Kill gemacht Nein Ich sehe keine Gegner Oh, da hinten ist einer Was für eine Taste drückst du denn dann, wenn du die, äh Ich muss gar nichts mehr neu kaufen Das ist einfach da Die Kaufzeit ist abgelaufen Am Arsch, Junge Jetzt habe ich so ein komisches Ding ins Teil hier Ich muss mich töten lassen Vorher geht's nicht weiter Das ist doch Bullshit Soll ich dazu sagen? Du darfst halt nicht Wow Komm, töte mich Töte mich Sehr gut Töte mich So, ich gehe jetzt nämlich auch mal in den Tunnel rein Mal gucken, was passiert So, jetzt muss ich die nicht nochmal neu kaufen Ja, nice Wow, jetzt bin ich tot Ist ja der Wahnsinn Noch einen Kill gemacht Ist sogar ein Headshot Alter, ich kriege überhaupt nichts Alter, ich kriege nichts 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 Komma 0 Gar nichts Geschossen Scheiße Ey, ich werde die ganze Zeit gespawnt Killed Ey, ey, ey Ich auch Ey, da rennt noch einer mit einer Schockdung So ein Gegner-Team Was ist das denn für ein mieser Mo-Fo Ah Ich habe einen Kill gelacht Wow Ich glaube, ich habe erst drei Kills oder so Wenn überhaupt Weißt du, ich drücke ehrlich gesagt Wenn ich ganz ehrlich bin, drücke ich einfach nur nach vorne Alles andere verwirrt mich viel zu sehr Boah, Peter, Alter Du läufst die ganze Zeit im Tunnel rum Und snackst die dir die Kills ab oder was? Ich versuche im Tunnel rumzulaufen Aber Oh Gott Peter ist gekillt worden Den snack ich jetzt ab Pass auf Ja, richtig krass, Hardy Drückst du noch andere Tasten außer nach vorne und die Maus? Ich drücke nur nach vorne Alter, ich drücke meistens auch Rechtsklick und Linksklick gleichzeitig Und ich muss jedes Mal die verfickte Waffe neu kaufen Alter, wie viel steht es überhaupt? Peter hat sieben Kills Ich habe vier Ist ja der Wahnsinn Das verleiht Mut Das kann nicht wahr sein Ich sterbe hier einfach nur So, jetzt habe ich einen Kill gemacht Nein Kill Also wir hätten mit AWP spielen sollen, Peter Ja, auf jeden Fall Kill Ach komm, ganz ehrlich, das ist doch ein Scherz Shit Kein Kill Oh oh Jetzt habe ich einen Scherz Ja, aus Erfärmung sind die Beströze natürlich nicht ganz so geil Okay, stopp Zeit, stopp Ja, ja, ja Zeit, stopp Wie viel steht es? 9,6 9,6 Das müssen wir uns irgendwie merken Schreibt das mal auf Äh, ich habe keinen Stift Doch, habe ich wohl Habe ich wohl Nicht schon wieder das 2 Mach Nuke Nein 9,6 Piet hat 9 Ja, 9,6 ist aber machbar Ja, klar, Mann Jetzt spielen wir nochmal das 2 Ich habe erstmal eine Kiste gekriegt Mega nice, ey Äh, bitte? Wow, kriegt sogar eine Operation Vanguard Waffenkiste Du bist so ein mieser Ficklacker Wofür denn überhaupt? 9,13 Da ist nicht mal was gerissen Klar, Mann Ich habe das Spiel gecarried, Junge Haben wir überhaupt gewonnen oder verloren? Ich glaube, wir haben gewonnen Ist auch völlig irrelevant Ja, da hast du recht Okay, Terror wieder? Ja Kaufen Okay Nicht in der Aufwärmphase die Zeit laufen lassen Ja, ja, sehr gut Okay, von mir aus kannst du hier ab Ach, jetzt weiß ich was Ich muss zufällige Waffen ausmachen Heißt du, meine Kaufzeit ist abgelaufen? Ja, das ist natürlich schlecht Du musst dich töten lassen Die Zeit läuft übrigens Fuck So, jetzt brauche ich die Waffe nicht mehr neu kaufen Gott sei Dank, ey Jetzt geht das noch besser Komm, kill mich Jawohl Nein Komm, ich will weitermachen So Komm, lass mich spawnen Ich will weitermachen Weiter Kills machen Kill Peter, du musst mir jetzt nicht jedes Mal sagen, dass du ein Kill gemacht hast Das wird mich moralisch nicht fällig machen Doch, ich will da noch wissen, wenn du ein Kill gemacht hast Piatsch Nee Du wirst nachher, wenn das Spiel vorbei ist Willst du einfach davon Du bist so ein mieser Eckencamper einfach, wahr? Einfach nur im Tunnel warten, bis jemand vorbeikommt, ey Ich bin überhaupt nicht im Tunnel, du Mofo, alter Kill Nein, fuck, es war keiner Nein, das war meiner Der da hinten gehört übrigens auch mehr Das kann nicht wahr sein Oh, oh Alter, die müssen echt denken, wir sind die letzten Mal da Fuck, keine Spiele Zwei Kills, Double Kill, Bitch Nachladen auf R Ach, komm, mach, mach dein Double Kill oder was? Ja Mann Wie ich jedes mal ballere, wenn ich irgendwie meine Maus bewege, weil ich irgendwie dann... So, Double Kill, du geile Bitch. Das kann nicht wahr sein. Kill. Ich muss auf jeden Fall mit drei Entführungen... Vier Entführungen muss ich gewinnen. Richtig. Sonst wittert nichts. Fuck! Peter ist draufgegangen. Peter ist draufgegangen. Nein, Peter ist nicht draufgegangen, aber Peter... Geh! Ja, komm, Alter, du miese Hure! Wie lange dauert dieser scheiß Spawnschutz eigentlich? Sowas von behindert einfach. Ja, komm, gib mir noch einen Headshot! Geh mal weg hier, Bitch. Miesen Ficker vor dem Herrn einfach. Fuck! Komm schon, komm schon. Was? Das ist ein Cheater, der Ass-Up-Rocky. Alter, bin ich... Ach, du versuchst jetzt die ganze Zeit im Tunnel zu chillen, oder was? Nein, ich bin da gespawnt. Alter, das... Fuck, ich krieg's nur auf die Fresse gerade. Fuck, wo geh' ich denn jetzt hin? Fuck, wo geh' ich denn jetzt hin? Ich bin der Peter. Halt's, Maul, so rede ich überhaupt nicht. Stirb. Du auch. Ich find' keinen Gegner. Ja, ist natürlich ärgerlich, Peter Smith. Ich brauch' ein Opfer. Das kann nicht sein, dann find' ich einen und mach' den nur 90 der Richtigste. Brauch'n Opfer! Nein! 89 Schaden hab' ich dir gemacht, ey, so'n Wichser einfach. Ach, komm jetzt, Diesel, ey. Boah, wie mich einfach jeder Death aufregt, einfach nur. Fuck, den hab' ich nicht mal gekillt! Fuck! Boah, ich steuere wie der letzte Mutterficker vor dem Herrn einfach. Ja, da bist du nicht alleine. Wie viel steht's eigentlich überhaupt? 12 zu 5 fehlt, Peter. 12 zu 5 steht's. Du musst ein bisschen nicht ranhalten. Wie, du hast schon 12 Kills gemacht? Ja. Peter, das wird langsam Zeit für dich. Peter, das wird langsam Zeit für dich. Nein, nicht. Wie, 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 wie ist'n die Zeit? Äh, sieben Minuten noch. Ach, sieben Minuten noch? Wir haben Halbzeit, Alter. Kann ja auch alles passieren. Ja, ich mein' ja nur. Solltest du dich halt mal ein bisschen ranhalten. Na ja. Ach, komm, Alter. Ich soll bis teilen, wenn du wie gesagt. Ach, komm, auf die Entfernung ist das doch scheiße. Ich pump's euch alle. Ah, ja, die. Na, wer kommt da schon wieder aus dem Tunnel raus, ey, du mieser Ercamper? Ja, wenn ich die spawnen, Alter, was soll ich machen? Ja, ja, deine Mutter spawned da. Der Sonne war irgendwie. Boah, scheiße, Alter. Braucht mehr Kills. Du musst, mit viel in Abstand muss ich hier rausgehen. Nein! Wie der mir Instant-Headshot mit seiner Scheiß-Diegel gibt. Der lebt noch. Ich bin wieder am Arsch der Welt. Ah, Mann, wie ich ihn nicht treffe! Diese Scheiße-Bapeda, ey, ganz ehrlich. Und ich hab schon... Also, wie ich jedes Mal schieße, wenn ich meine Maus bewege. Jetzt gerade finde ich wieder keine Gegner. Das ist doch echt zum Kotzen. Fuck. Fuck, oh, du bitch. Fuck! Keine Muni mehr gehabt. Ja, komm, lass mich spawnen. Mach keinen Tertiel. Nice shot, my friend. Domickel. Okay, sechs Minuten noch. Sechs Minuten noch. Dann geht die Runde überhaupt noch. Scheiße, wir kommen noch in die dritte Runde, by the way. Oh, ja, stimmt. Wow, auf die Entfernung haben wir halt. Komm, fuck off, du bitch, ey. Peter, Peter hat 13, killt sich 16. Was ist denn, das ist ganz schön scheiße. Der hat minimal aufgehöhlt. Nicht nur minimal, ey, ganz schön sogar. Ist nicht so geil. Fuck. Ich bin langsam ein bisschen nervös hier. Ach, was ist das denn für ein mieser Camper-Wichser? Insofern hat er dich neben dem Rücken gespawnt. Zack. So, fuck off. Du auch, du bitch. 81 habe ich dem Rix da gemacht. Alter, ist das eine Ruhe, die mir so mega krass auf die Kondis dreht. Ach, komm, Alter. Jetzt nimmt mir noch die Kirchner nicht weg, ihr Arschlöcher. Ich habe den mal kurz für dich gemacht, Peter. Das ist das Herz allerliebst für dich, äh, von dir. Fuck. Ja, ne, finde ich auch. Ach, komm, ey. Ey, ich bewege mich wirklich wie so eine Alzheimer-Oma. Ja, geht mir genauso. Kann, so zu spielen ist halt echt ein schlechter Witz. Ich brauche Gegner. Peter, ich finde keine Gegner, was mache ich denn jetzt? Ja, das ist nicht so schlimm. Alter, wie ich nichts treffe, ey. Komm, scheiße. Oh, da wartet ein Double-Kill auf. Nein! Du miese Free-Advice, don't play with me, ey. Fuck off, du Wichser. So, friss meine Scheiße. Nur du auch. Peter, du kannst dich hier verziehen, das ist mein Gebiet. Ich habe mich schon gesäubert. Was, hast du gesäubert? Du bist gerade weggefickt worden. Das ist korrekt. Shit. Oh, fuck off, bitch. Peter! Boah, was ist denn hier los? Ach, komm, ey, wie sieht ihr einfach immer ein Headshot an? Ja, wir sind aber auch voll die easy peasy gegnern. Ja, komm, kill mich einfach nur ein mieser Pisser. Fuck! Ich brauche einen Gehschnapp, Peter. Ich auch. Ich brauche Kanonenfutter. Scheiße, es liegt weg im Ballert. Ich auch. Kann einfach nicht wahr sein. Ja, meiner. Ich riss da was. Komm schon, komm schon. Komm schon. Alter, wie steht es eigentlich? Oh, das sieht gut aus. Aber Peter, rennst du wieder in deinem komischen Ding hier rum? Du bist so ein mieser Pisser einfach. Ich bin ja halt gespawrt, was willst du von mir? Ja. 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 Boah, wow, wie viele da waren, ey. Fuck! Noch gespuckt, ey. Noch 47 Sekunden. Ja, genau. Alter, ohne Spaß, wie sie dir einfach die übelsten Headshots mit ihrer verfickten Diegel geben, ey. Wir haben ja keinen Movement. Wir haben ja gar nichts. Wir sind einfach nur präsentiert. Wow. Sehle Tablet, Mofo, Shit, fuck! So geil, Alter. Alter, wenn ich auch mal wenigstens treffen würde, wa? Nicht wie so ein... Ey, ich will meinen Skin nicht zeigen. Oh mein Gott, wie ich mein ganzes Magazin daneben gesetzt hab, Alter. Wie so der Mutterschicker. Wow, Headshot! Der zählt dreifach, Peter. Ja, ja, deine Mutter zählt dreifach, Alter. So, Zeit stoppen. Was steht jetzt? 28, 26. Zu 26. Ja, rechne mal drauf. Ich bin jetzt immer noch ein im Rückstand. Fuck! Richtig. Boah, schon traurig, wenn man ein Zweiter in unserem Team ist mit so einer Leistung, wa? Haha, stimmt's! Ganz schön, Billo. Boah, immer das zwei, ey. Ich seh schon, die Leute hier lieben auf jeden Fall die Vielfalt. Übrigens, bei Unentschieden, müssen wir beide behinderten Namen tragen. Okay. Kann ich mich mit vereinbaren. Okay. Wird aber nicht passieren, Peter, weil ich jetzt Gewinner. Schauen wir mal. Es wird Zeit. Wieder Terror, ne? Wenn ich verliere, dann... Wie viele Minuten noch? Eine Minute dreißig exakt. Oh shit, Alter. Dann ist Feierabend. So, auf der Phase läuft noch. Schwer, das... So, Peter. Und... Jetzt ist Finale. Go. Läuft. Fuck. Zeit läuft. Ey, was? Wieso muss ich denn nochmal neu kaufen? Ja, muss ich auch als Maul. Wie die Zeit ist abgelaufen? Dann töte er mich. Töte mich, Mann! Fuck, ich hab dem so einzig die Schaden gemacht. Dann raste aus. Okay. Hinter mir ist einer. Ach, komm, ganz ehrlich! Na, Peter, rennst du wieder im Tunnel rum? Gerade ja, aber hier ist keiner. Ja, ist mir klar. Ja, wow, und spawnt hinter mir, ey. Was ist das? Alter, ich brauch jetzt unbedingt mal jemanden, der... Das kann ich! Wie ich sie jetzt die ganze Zeit alle nur anschieße! Das ist meiner. Alter, das gibt's nicht! Wo ist denn der hin? So, fuck off. So, die macht da gerade shit einfach nur und ich krieg keinen gekillt. Das ist vollkommen offen. Meiner. Wir haben noch 20 Sekunden. Ist das gerade Gleichstand? Weiß ich nicht. Ist mir das gerade egal, Peter. 9, 8, 7, 6, 5, 3, 3, 2, 1. Ende, Peter, Ende, Ende. Jeder, jeglicher Kill zählt nicht mehr. Du hast 3 zu zweit. Es ist Gleichstand! Es ist Gleichstand! Es ist Gleichstand! Es ist Gleichstand! wir beide so mega behinderte hat man schon lange nicht mehr gleich das stimmt gleichstand hatten wir schon lange nicht mehr ja was sagt man da ich würde sagen ich arbeite mich ich arbeite mich nach vorne ja das ist jetzt zumindest nach links nach rechts habe ich gerade auch erstmal wieder geändert jetzt könnte ich sie alle weg rotzen ja also wir haben gleichstand liebe leute ist ich finde das ist ich finde das ist gerade für die bestrafung ein ganz nettes ergebnis für die zuschauer ist das nicht eigentlich ganz persönlich sehr sehr unzufriedenstellt ja wobei es immer noch besser als verlieren ich muss aber ganz ehrlich sagen ich bin froh dass ich das ding zumindest nicht verloren habe weil das wäre für mich eine schmach gewesen wenn peter sogar links händig ja jetzt besser gewesen wäre zumindest sind wir gleich gewinnen wenn natürlich noch schön gewesen aber es wäre ein rundum findet ja komm das war ja aber ich muss sagen lass uns einfach darauf einigen wir sind links händig beide gleich scheiße ja das ist richtig also bestrafung wird sein ihr werdet dann demnächst in einigen aufnahmen sehr sehr bescheuerte namen sehen und an dieser stelle danken wir euch natürlich wie immer recht herzlich fürs zuschauen auch an diesem montag ja wir haben jetzt die zweite bestrafung wo mittwoch nichts kommt aber das wird es nächstes mal sicherlich auch wieder geben ja letztes mal kommt ja mittwoch was diese fanfiction sache ja stimmt du hast recht fanfiction du hast vollkommen recht du hast vollkommen recht ja okay gut ja dann haben wir jetzt halt diesen mittwoch nichts aber dafür danach wieder also geilen shit hier macht euch noch einen schönen montagabend haut rein bis zum nächsten mal geschались er hat neu bei greife i Der hat ja so keines, keines